Hallo alle zusammen, mein Name ist Ines und ich bin heute auch hier, um mit euch zu demonstrieren. Es muss jetzt, sofort, so schnell wie möglich etwas für unsere Umwelt getan werden. Und für das Klima. So wie es jetzt ist, kann und soll es einfach nicht mehr weitergehen. Ich persönlich möchte unsere Welt nicht weiter in den Ruin treiben und ich glaube ihr auch nicht. Es wird immer wieder gesagt, dass wir kleinen Menschen mehr für die Umwelt tun sollen. Und dass wir bösen Jugendlichen vor allem daran schuld sind, dass die Vermüllung der Erde und der Plastikkonsum so groß ist. Deutschland ist ein Land, in dem wir als Wegwerfgesellschaft leben. Und ich und auch sehr viele andere Jugendliche wurden so erzogen, dass man zu viel wegwirft. Alles was unbrauchbar ist, ist gleich Müll. Wenn es für uns zu Weihnachten oder zum Geburtstag eine Puppe, ein Rennauto oder sonstiges gab, war bzw. ist, die sind Unmengen an Plastik verpackt, sodass wir als Kinder und die jetzigen Kinder dies kaum auspacken können. Aber wir alle, genau diese Menschen, die es gewohnt sind, dass so viel Müll produziert wird und benutzt wird, gehen nun auf die Straße und ändern bzw. wollen etwas ändern und wollen, dass etwas geändert wird. Wir kleinen Menschen ändern schon sehr viel in unserem alltäglichen Leben. Doch wie sollen wir noch mehr verändern und verbessern, wenn wir die einzigen sind, die etwas verändern wollen? Wie soll ich es als Mensch mit wenig Geld alleine und ohne politische oder Konzernehilfe ändern, Lebensmittel, Spielzeuge und vieles mehr in Plastik verpackt zu kaufen, die es nun mal nur in Plastik eingepackt gibt? Das fragen sich wahrscheinlich sehr viele Menschen hier und viele sagen auch, dass das gar nicht funktioniert anders. Ich persönlich und auch viele andere wahrscheinlich versuchen, so wenig Plastik und Müll zu verbrauchen, überhaupt erst zu kaufen, wie es geht. Und ich kaufe auch viele regionale Produkte. Doch wenn ich gesund und abwechslungsreich kochen und essen möchte, von mir funktioniert das nicht immer. Ich möchte Obst und Gemüse kaufen können, ohne dass diesen Plastik verpackt ist. Wenn es verpackt werden muss, liebe Unternehmen, nehmt doch lieber Papier oder lasst uns den Gemüse direkt rein von Plastik. Wir können sehr viel tun, um die Umwelt zu schonen. Zum Beispiel fahrt lieber Bus, Zug, Fahrrad oder geht zu Fuß. Zumindest die Strecken, die man so erreichen kann. Der Sprit ist im Moment momentan eh viel zu teuer. Verzichtet auf die ganzen Plastiktüten beim Einkauf. Nimmt lieber Dosen mit für frische Lebensmittel wie Wurst zum Beispiel. Und statt einer Plastiktüte zum Verpacken des Einkaufes, holt euch entweder eine Mehrzeugtüte, die ihr oft wieder verwenden könnt, oder holt euch einmalig einen Korb, das ist viel umweltschonender. Selbst Kühltaschen könnt ihr euch einmal holen und viel öfter verwenden. Das ist alles sowieso günstiger und viel umweltschonender zugleich. Braucht nicht bei Amazon! Ihr könnt auch euren Stromverbrauch senken, auf ein Minimum. Es fängt damit an, anstatt eine Mehrversteckdose zu nehmen, eine einfache, nehmt eine, die ihr ausschalten könnt. Und macht die nur an, wenn ihr die wirklich braucht. Achtet bewusst drauf, wann Licht anzumachen ist und wann nicht. Man braucht nicht den ganzen Tag eine Lampe anzuhaben, wenn man eben nicht da ist oder gerade nicht irgendwas macht, wofür man die braucht. Wenn ihr zum Bäcker geht und euch einen Kaffee kauft, zum Mitnehmen, kriegt ihr diese To-Go-Becher, nehmt eure eigenen Thermokannen mit oder so, die füllen euch das um. Das ist viel praktischer, so habt ihr den Müll nicht mehr, wenn ihr wegfahrt und es bleibt länger heiß. Wir alle vertrauen der Politik und den Politikern. Deswegen gibt es eigentlich Demokratie. Aber was nützt es uns, wenn genau diese Politik uns nicht zuhört? Wir sind die Zukunft, die Menschen, die die nächsten 70 Jahre auf dieser Welt leben. Und wir müssen uns entscheiden, ob wir diese Welt, so wie sie ist oder wird, unseren Kindern und Enkelkindern zumuten wollen. Vielleicht ist es dann zu spät, für die zu handeln und für ein besseres Klima, eine bessere Umwelt zu kämpfen. Und wir sind dann schuld daran, wenn wir jetzt nicht weiter handeln. Nur weil wir jetzt auf die Straße gehen und weil wir versuchen, uns selbst zu bessern und zu ändern, gelingt es uns, andere auf die Schäden der Umwelt und des Klimas hinzuweisen. Und nur so verleiten wir andere dazu, es auch zu tun. Was bringt es uns bitte, in die Schule zu gehen und zu lernen und uns weiterzubilden, wenn es irgendwann keine Welt mehr gibt, an die wir das Gelernte weitergeben können. Wir alle regen uns über so viele Kleinigkeiten auf, aber wir vergessen die wirklich wichtigen Dinge. Und das Klima und die Umwelt sind nun einmal sehr wichtig für uns. Wir als Fridays-for-Future-Bewegung kämpfen für Veränderungen und lassen uns das von niemandem verbieten. Das ist unser Recht zu demonstrieren. Egal wie viele gegen uns sind, wir werden weiter auf die Straße gehen und laut sein.